Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir möchten Ihnen heute ein neues, besonders praktisch Coop-Produkt vorstellen. Es ist ein konzentrierter Orangensaft, den man mit Wasser verdünnen kann. Er hat gleich viel Vitamin C und schmückt gleich gut wie der normale, wo Coop auch eine grosse Auswahl hat. So ein kleines Päckchen gibt Ihnen einen ganzen Liter Orangensaft. Zum Öffnen, reissen Sie einfach die beiden Laschen auf, zusammendrücken und das Päckchen ganz aufschneiden. Jetzt das Orangensaftkonzentrat in einen Krug hineinleeren und eins, zwei, drei Packungsinhalt Wasser dazu. Das Ganze umrühren und fertig. Die kleinen Packungen lassen sich drei Monate lang aufbewahren, und zwar ausserhalb vom Kühlschrank. Beachtet Sie das aufgedruckte Verkaufsdatum. Prost! Wissen Sie, dass man im Coop nicht nur einkaufen kann, sondern dass man im Coop auch als Mitglied beitreten kann? Das bringt keine Verpflichtungen, aber dafür viele Vorteile. Zum Beispiel wird es einkaufen noch praktischer. Wenn man die Coop-Zeitung mit allen Coop-Neuigkeiten, die die Wochen im Briefkasten hat. Die Coop-Mitglieder haben aber ausser der Coop-Zeitung noch andere Vorteile, zum Beispiel die günstigen Reisearrangements im Ausland und im Inland. Haben Sie gewusst, dass der Coop so schöne eigene Hotels hat? Für die Coop-Mitglieder wird Sparen jetzt noch Lohnender mit einem Anlageheft. Das bringt nicht nur einen hohen Zins am Anfang, sondern er steigt dann noch von Jahr zu Jahr. Es gibt schon fast eine Million Coop-Mitglieder. Wer es auch will werden, wendet sich an folgende Adresse. Coop Schweiz Mitgliederdienst, Postfach 1285, 4002 Basel. Auch die folgenden Wochenhit-Aktionen finden Sie in der neuesten Coop-Zeitung. Bis am nächsten Dienstag gibt es zu Aktionspreisen 50 Büttel Lippenstee, 450 Gramm Midi-Aprikosen-Gonfitüre, Erdbeer-Rabarber-Gonfitüre im Kilo-Sparglas, ein Familienblock auf 400 Gramm Vanille-Mokka-Rahmglasse Goldstar, zwei Dezzi Kaffeerahm im Reuturglas. Und morgen, übermorgen und am Samstag, gibt es als Hit am Wochenende L-Mex-Zahnpasta in der Tauben an 94 Gramm, sechs mittlere Importeier und als Preisschlager ein paar Damen-Knie-Strümpfe aus Helanka. Die Aktionen gibt es in den mehr als 1500 Coop-Läden. Und zwar nicht nur in der Stadt, sondern eben auch in den Dörfern. Gerade jetzt geht wieder einer auf. Morgen um halb neun wird eine neue Coop-Lade in Unterrägerie eröffnet. Zum Wohl auf unsere neuen Kunden. Und jetzt zu unserem September-Wettbewerb. Schreiben Sie drei Produkte, die Sie im heutigen Mittwochstudio gesehen haben, auf eine Postkarte als Coop Mittwochstudio Postfach 4099 Basel. Unter allen richtigen Einsender werden wir 5000 Franken Haushaltungsgeld verlassen. Einsendeschluss ist der 26. September 1977. So, das wäre es gewesen. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Um die Lichtzeit. Um die Lichtzeit.